hallo internet und herzlich willkommen bei betriebsrad tv hallo internet jens es ist wieder zeit was denn wir haben wieder saison du meinst streiksaison wir haben teilweise wieder streiksaison und damit haben wir auch wieder in bestimmten medien hochsaison oder wieder jagd auf gewerkschaftsführer getrieben wird ja wobei saison ist ja ein bisschen übertrieben es ja nur eine spartengewerkschaft gibt die man streikt aber das ist dann gleich ein großes ereignis auf das sich dann alle stürzen ja genau dann dann werden alle alle mittel die so bestimmte medien haben hervorgekramt um völlig und voreingenommen und breit informierend die bevölkerung aufzuklären dass der streik ja falsch ist ja und zur unzeit kommt ganz beliebt sind natürlich dann immer die interviews mit den unbeteiligten personen die unter dem streik zu leiden haben wir machen uns darüber nicht lustig sondern wir verstehen da jeden ärger wenn da ein zug ausfällt den man dringend benötigt hat natürlich ist das kacke ja auch leute die längere strecken fahren die sind teilweise das ausland gefahren und anderen ihre urlaub geplant und was was ich alles ist ist scheiße das ändert aber nichts daran dass die art und weise wie da wieder informationen vermittelt werden extrem einseitig ist wobei du sagst das hat sich ein bisschen verbessert gegenüber dem letzten großen streik ja der letzte große streik war glaube ich 2015 2016 da gab es ja ein völlig unkritisches weselsky glaube ich heißt der bashing gegenüber den vorsitzenden der gdl gewerkschaft das hat sich ein bisschen differenziert also ich habe jetzt schon der tenor ist schon dass die auch die journalisten begriffen haben ist es nicht weselsky der entscheidet ob gestreikt wird sondern es sind die gewerkschaftler also die mitglieder der gewerkschaft die in diesem fall glaube ich zu 95 prozent gesagt haben wir wollen jetzt streiken aber die diese spartengewerkschaft die gewerkschaft der lokführer die gdl die kann sich ja zumindest ans revers heften dass sie ja mit ihrem letzten großen streik ist geschafft hat dass gleich mal ein neues gesetz eingeführt worden ist ja da hat man ja das ich weiß gar nicht wie das einheitsgesetz rief einheitsgesetz ja das besagt ja sinngemäß dass immer der tarifvertrag zu gelten hat in einem betrieb der von einer größeren gewerkschaft in diesem betrieb verhandelt worden ist was natürlich jetzt auch ein bisschen dazu führt natürlich dass es jetzt auch einen größeren konkurrenzkampf zwischen kleineren gewerkschaften gibt weil jeder sich ja natürlich auch mal positionieren muss und beweisen muss wir sind dann die größere und dazu braucht so neue mitglieder und du musst auch ergebnisse vorweisen ja das mag alles so sein aber ich verstehe diesen vorwurf die machen das nur um der anderen gewerkschaft eins auszuwischen verstehen ja das verstehe ich einfach auch nicht weil erstens damit die die gewerkschaftsmitglieder entschieden dass sie streiken wollen so wenn ich jetzt gewerkschaftsmitglied bin dann entscheide ich für mich sind die ziele für mich eines einen streik wert ja oder nein und mich juckt doch die andere gewerkschaft nicht wenn meine gewerkschaft mich fragt ob ich streiken will oder nicht das zum einen aber das würde ja auch im umgeschluss bedeuten dass ein streik dann irgendwie oder ein arbeitskampf per se ausgeschlossen ist weil dann soll das die anderen machen oder oder gar keiner machen oder was ist das ziel also es ist doch so wenn ich meine arbeitsbedingungen verbessern will dann habe ich laut grundgesetz die möglichkeit zu streiken ja so und wenn ich das dann in anspruch nehme dann mag es sein dass ich gleichzeitig auch in konkurrenz zu einer anderen gewerkschaft bin aber das ist doch ein ziel was ich vielleicht im auge habe aber doch es ist doch nicht mein primärziel ja aber wir wollen eben nicht vergessen dass die politik das jetzt trotzdem noch mal befeuert hat und zwar dadurch dass sie es vermeiden wollten ja sie haben sie wollten eigentlich das einstampfen sie wollten das weniger gestreikt wird haben dann gesetz gemacht wurde eben zwangsweise wenn eine gewerkschaft überleben will ja dann muss sie beweisen dass sie handlungsfähig ist und gute ergebnisse vor zustande kriegt ja wie geht das denn noch wie kann eine gewerkschaft forderung durchsetzen wie sagen wir mal die zehn möglichkeiten mit denen sie das machen kann auch ich sag mal die ersten neun ganz lieb fragen ja genau also du kannst natürlich verhandeln das haben wir ja auch getan ja anders geht es auch nicht sonst wäre ein streik heute legger und dann kannst du streiken ja ja und das machen die jetzt und sie haben 48 stunden gestreikt da kann man sich darüber streiten ob das vielleicht zu kurzfristig angesagt war oder oder nicht da kann man vielleicht für unterschiedliche auffassungen sein aber dass ein streik wehtun soll das ist ja auch die definition eines streike ist aber du hast ja immer streik folgen es ist ja immer so dass die welt mit streik anders aussieht als ohne streik ja aber könnte ich die leute streiken die im urlaub sind ja oder die krank geschrieben sind ja genau oder 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 die lockführer die frei haben ja die können auch streiken dann hast du brauchst du aber keinen druck auf ach so das geht um druck und macht ja ja und und zu behaupten ein kompromiss wäre so naheliegend und die gdl jetzt jetzt in den streik also wenn ich glaube dass der kompromiss naheliegend wäre was ich nicht weiß in dem fall weil ich glaube nicht dass es nur daran liegt dass die drei kann man zwei prozent lohnerhöhung früher oder später kommen ich meine es geht auch um betriebsrenten und sowas aber wenn ich glaube dass der kompromiss so naheliegend dann kann ich auch der anderen seite spricht dem arbeitgeber vorwerfen dass er den streik zugelassen hat wenn doch der kompromiss vermeintlich so naheliegend man könnte nämlich auch genau so genau so wie man das argumentiert in den medien und sagt die gewerkschaft die licht das land lahm da könnte man auch sagen ja also das management der bahn liegt das land lahm nur weil sie auf sie im grunde diese paar wenigen prozentpunkte einfach nicht zugestehen wollen ist ja auch so es sind immer zwei seiten die sich nicht verständigt haben und wenn du der einen seite vorwürfst das war jetzt aber knapp der jetzt auch mal ein bisschen mehr reden können dann musst du es auch der anderen seite vorwerfen wir müssen da jedes mal wenn ein größerer streik passiert müssen wir da einfach ein kleines video zu machen weil die leute sonst echt vergessen dass eben die einzige möglichkeit forderungen einer gewerkschaft nachdruck zu verleihen der streik ist ja und es gibt ja leider auch so wenige streiks dass wir auch jedes mal ein video dazu machen können ja in frankreich könntest du das nicht dann wenn wir 24 7 auf sendung aber deutschland können wir einmal in fünf jahren gerne da gibt es da gibt es auch ein bekanntes meme dazu also wir in deutschland wissen gar nicht mehr was wirklich streik ist wir kennen nämlich nur noch warnstreiks so einen richtigen streik der mal so drei wochen am stück ist wo wirklich gar nichts passiert oder so dass das das ist den leuten völlig unbekannt da musst du historiker fragen genau aber hast du noch irgendwelche sachen ich wünsche den gdlern ja viel erfolg ja ich auch bei ihrem arbeitsgang gut dann war's das für heute dann wünschen wir euch alles gute bis zum nächsten mal und tschüss